ich meine ich habe ja schon ordentlich genau hier wie fitz ist ein witz ja ich bin am besten gefeatet momentan weil ich auch viele es ist zahme obwohl er macht den kate macht die ist auch nicht schlecht dafür dass er nun mal gestorben ist geht es eigentlich aber wenn ich mir zum beispiel Timo anschauen oder alt das bringt auch nichts mehr rein zu rennen bei den typen dann musst du alle kann sagen nur verteidigen es geht nicht da geht nichts mehr verteidigen ist es eigentlich zu vermachen wenn noch nicht rein wenn noch nicht rein wenn noch nicht rein in solche leute wenn noch nicht rein in solche leute wenn noch nicht rein in solche leute stehen in einem Fall Timo könnte ich mir eventuell kurz holen vielleicht nicht das schaffe müsste ich wahrscheinlich mal komplett zurück die KG zu Trash okay ich kann mir auch nichts leisten gerade ist ja logisch ich kriege auch nicht zu mir oder ich will den träscher hoffentlich ach da der KT drauf 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 auf kein kommen 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 ja 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 und hier hoch und zurück 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 und hier hoch nein nicht angreifen nicht angreifen nur zurück drängen lassen und in der base fahren bis wir da der 18 sind fahrung in den bäst du kennst bühne kiel das müssen die ich doch lernen also ganz ehrlich wenn du wenn du in zweiter der nachdenkst mit dem ganzen team immer in base fahren nie rausgehen kurz rausgehen die basalen killen und wieder reinkommen auch nur wenn du wirklich weißt dass du dabei nicht drauf ich würde mich selbst anhalten wenn ich dann immer noch aus dem würden ja und halbieren die landen kannst dann tue es auch manchmal geht es natürlich ein blut ist und wieder vor jetzt sind sie wieder vorgegangen ja ganz kräftig kann ich gar nicht wohl zurück und es wird ich bin ja wohl sehr schön machte der ich glaube ich das hausen gekriegt das ist schon natürlich gut dann hoffe ich jetzt mal magie assistenz ist dann würde ich mir gleich die rüstung hier damit ich bisschen aufladen aufladen und dann geht es wieder hier zu timo lass dich bitte nicht kekchen ja was soll das nicht kekchen ist mir so schlecht in der oberfahrer wird aber auch nicht rennt nicht raus aus der blöde ich habe ich das noch nicht jetzt sterbe ich soll das muss in einem sein tut mir leid das muss er sich selber blöd ist nicht schlecht da muss aber sein was hingekriegt verteidigt den scheiß turm verteidigt den scheiß turm ok das war es damit so gut we can win kill them in base nein nein ok es geht damit los ok klar mit so einer einstellung gewinnt noch nicht ja was ist hier wir haben hier und wir zurück geld machen zurück ganz einfache und wieder ganz schnell aufladen damit ich nicht sterbe was gegen mich planen weil die sehen dass ich momentan der beste bin mit unterwegs aber jetzt ich 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 man kann immer noch für die score auch wenn manche sagen dass diese drei Scores die es da gibt ziemlich sinnlos sind ich finde die aber nicht sinnlos egal ob man von mir oder gewinnt ja ich hab ihn geil und 1000 Gold bekommen und als nächstes gehe ich auf die Sonnenfeuerrüstung die die vielleicht zuerst höher sollen alles killen, alles killen, alles killen und so haben beide schon ordentlich Schaden da litten aber wir können gewinnen die müssen sich nur zusammenreißen äh schade er hat die ulti nicht geholfen so wieder aufheilen und wir zurück faktisch stimmt oder krieg der noch ja los drauf 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 alle drauf komm alle drauf ja 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 und die krieg mal die krieg mal die krieg mal die krieg mal die krieg Sehr schön. So läuft das, Leute. So läuft das. Ohne, wir sind gleich in der 18-Halle. And together. Together. Ja, also wie gesagt, ich weiß nicht mal, ob ich together jetzt richtig geschrieben habe. Verzeiht bitte Englischkenntnisse. Und wenn, dann könnt ihr mich gerne in den Kommentaren verbessern, wenn ich irgendwas falsch schreiben sollte. Ich bin ja gewillt, zu dazuzuladen. Oh, guck mal, ja. Hallo Timon, ja, was hier geht. Ne, was ist das? Willst du sterben? Willst du sterben? Willst du sterben? Willst du sterben? Werde Sie sterben. Hihihihihi. Wie viel sind die? Na, zwei nehmen wir auch von denen. Geil, 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 geil. Immer schön drinnenbleiben. Immer schön leveln, bis wir die volle Ulti-Rüstung haben. So, hier nochmal rein. Und auch hier unten. Nicht vergessen die Türme zu schützen, auch die Basalten können Türme killen, wenn sie in großer Masse auftreten. So, wow. Oh, sehr schön, sehr nice. So nice, nennt man ihn auch, so nice. So, und da gehe ich hin. Ich glaube, der portet sich, um dann hier zu sein. Oder auch gar nicht. Und mutig sind wir alle damit. Hab ich kein Problem damit, das finde ich sehr nice. Sehr lecker viel essen. Oh ja, uh, ah ne, so ja. Ah, der kann sich irgendwie anders brauchen, wahrscheinlich. So. Dann gehe ich mal weg. Oh, mal schauen, wer schneller ist. Ist ich so weg oder er so weg? Aber ich glaube, er ist schneller. Aber nur knapp. Nur ganz knapp ist das. So. Leben. Oh, ach so, ich muss mir die jetzt so kaufen. Muss ich aber nicht, weil... Moment, ich kann mir das da so holen. Dann hole ich mir die Lebensrüstung vorher. So. Oh, ich geht's gut. Jetzt geht's, wird's gut. Wir haben Chance zu gewinnen. 18, 18, 16. Okay, wir sind zurück. Okay, wir müssen irgendwie nie wieder überheiligen. Alter, hält noch drauf, Leute, hält noch drauf. Oh, das ist so. Ich hoffe, ich gehe jetzt in Ordnung. Okay, wir haben nichts, wir haben keinen von denen gekriegt. Gar keinen. Da war ich jetzt ein bisschen voreilig. Tut mir leid. Das war mit meine Schuld. Ich meine da. Oh, Kale, verschwinde, verschwinde. Kale, verschwinde. Der Darius, der Darius ist noch da. Okay, der Darius ist noch da. Und der eine Torwart hat sich komplett aufgewandelt. Ich bin der erste, der reinkommt. Oh, das wird jetzt so richtig hart. Die 1.0 kriegen sie 100 pro, wenn sie nicht über 2 kriegen. Ja, die kommt rein. Warte, 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 warte. Nein. Okay, das wird jetzt sein. Ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Okay, gut. Das war's für diese Stimmenlien, Freunde. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Hier habe ich eine Warwick aufgeschrieben. Wir werden schauen, ob wir eine Warwick noch mal spielen werden. Auf jeden Fall werde ich jetzt wahrscheinlich erst mal mit Jinx oder so weiter machen. Oder ich, mal gucken, vielleicht tue ich auch schon Warwick noch mal wiederholen. Könnt ihr in die Kommentare schreiben, was ihr gerne sofort sehen wollt und was ihr nicht sehen wollt. Wie gesagt, ihr könnt Kommentare reinschreiben, was ihr gut fandet, was nicht so gut. Ob ich mich vielleicht nicht so aufregen soll, ob ich mich vielleicht mehr aufregen sollte. Ob ich vielleicht den Chat nicht so volles bleiben soll, wenn ich sauer bin. Wer weiß. Ja, ansonsten noch Tipps, Tricks, die man halt geben kann. Und wenn ihr mal mit mir zocken wollt, habe ich gerne kein Problem damit. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und bis dahin. Alles Gertschi. Ich habe es wirklich Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Tschüss. Tschüss.